Und es freut uns, dass ihr da seid und ich freue mich, dass die Beatrix da ist und dass sie uns ganz viele Sachen erklären wird. Sie waren auch bei uns ein Grund, warum wir da eigentlich angefangen haben mit dem ganzen Kleidertausch und mit dem Cosmix-Laden. Und deswegen freuen wir uns, dass sie heute mit uns redet. The stage is yours, Beatrix. Dankeschön. Ja, also zuerst muss ich mich wirklich für diese Kamera entschuldigen. Sie stammt aus unserem Verschenkladen, ist ein gebrauchtes Modell. Und sie hat ein schlechtes Licht und lässt teilweise eben mich einfrieren. Falls es zu schlimm werden sollte, werde ich es mit der Zeit ausschalten. Also es fängt halt so zum Blinken an und zum Flimmern. Also es tut mir leid, die neuen Kameras sind alle momentan vergriffen aufgrund der Homeoffice-Zunahme der letzten Wochen. Ja, ich danke für die Einladung. Ich darf heute was zu meinem Lieblingsthema sagen, nämlich eben zu Sharing is Caring. Tauschen und Teilen ist einfach schon, begleitet mich schon ein ganzes Leben lang. Und deswegen muss ich glaube ich auch ein bisschen weiter in meine Vergangenheit ausweichen und euch ein bisschen erzählen zu meinem Werdegang. Also tut mir leid, wenn ich das jetzt ein bisschen ausholen muss. Und zwar, also ich bin in Linz geboren, nach der Matura. Also als Jugendliche habe ich mich schon immer sehr für Umweltschutz interessiert. Das war damals Ozonloch, saurer Regen, Tschernobyl hat mich schon damals sehr besorgt, habe Flugzettel verteilt. Aber wie es halt so ist mit der Zeit, ist das einfach das Interesse ja wieder ein bisschen eingeschlafen. Ich bin zum Studium 1990 nach Graz gekommen und habe mich dann halt dem Studium und dem Studentenleben vor allem gewidmet. Habe es sehr genossen. Habe Jus studiert. Eigentlich wollte ich mal Lehrerin werden und mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Aber damals, 1990, war Lehrerschwemme. Ja, sie haben gesagt, studiert ihr auch nicht Lehramt und ich habe das befolgt. Leider, weil die, die es nicht befolgt haben, die haben trotzdem alle einen Lehrerjob gekriegt. Also ich hätte es tun sollen. Aber wer weiß gar, wo ich dann heute wäre. Jedenfalls, ich habe Jus gemacht und bin irgendwie in die Steuerberatung geschlittert. Keine Ahnung wieso. Bin dort einfach hängen geblieben und habe meine Kinder gekriegt. Das war stressig. Ich habe geglaubt, ich muss die Steuerberaterprüfung machen. Neben den Kindern, neben den Kleinen. Ich war so in einer Spirale drinnen. Viel Arbeit. Dann aber auch Konsum, Urlaub. Mich wieder belohnen. Und ich weiß nicht, so Step by Step habe ich das einfach so in den letzten Jahren begonnen zu hinterfragen. Und vor allem eben mit dem so viel Arbeiten und dann wieder Konsumieren, das ist mir immer mehr, wie soll ich sagen, am Zager gegangen. Also ich habe mir gedacht, das kann jetzt nicht das Leben sein. Habe auch gleichzeitig begonnen, nachhaltiger zu leben. Ich meine, das Einzige, was wir immer schon gemacht haben, ist einfach viel mit dem Radl gefahren, Müll getrennt. Aber dann halt einfach bemerkt, das reicht jetzt nicht mehr. Und ich habe bemerkt, dass ich einfach ganz viele Dinge oder Wissen angesammelt habe und wollte es ein bisschen unter die Leid bringen. Zuerst haben halt immer meine Freundinnen daran glauben müssen, beim Walken gehen. Und die haben dann gesagt, du musst irgendwas machen. Aber es dauert halt, bis man halt so ein Projekt umsetzt, dauert es einfach, bis man sich traut, da wieder neue Wege zu beschreiten. Ich bin dann 2015 zum Talentetausch Graz gegangen, so geldfrei leben. Das hat mich auch schon immer ein bisschen interessiert. Und dort bin ich wieder auf viele interessante Menschen gestoßen. Habe dann den Tipp bekommen, einen Fernlehrgang beim Verein Sohl zu machen. Sohl steht für Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Dieser Fernlehrgang geht über zwölf Monate. Jedes Monat gibt es eine Lektion, die man sich so erarbeitet, von Werbung, Bedürfnisse, warum muss man so viel konsumieren, über Kleidung, über Ernährung. Bis die letzte Einheit ist, so jetzt steht es auf und tut es was, wird es aktiv und setzt es was um. Und ich habe das, also bei mir war das gerade, ist auf fruchtbaren Boden und zu einer guten Zeit gekommen, sodass ich echt gedacht habe, so jetzt tue ich einfach was. Obwohl ich in der Steuerberatung bin und obwohl ich nichts in diese Richtung gelernt oder eine Ausbildung hatte, habe ich einmal den Pfarrer bei uns in der Pfarre St. Leonhard in Graz gefragt, ob ich ein offenes Bücherregal dort aufstellen darf, weil sie die Räumlichkeit dort so super eignet, rundherum viel, also ein breites Dach, also gut wettergeschützt. Er war gleich begeistert und hat halt gesagt, er wünscht sich aber eine Telefonzelle. Und ja, ich habe innerhalb kürzester Zeit diese Telefonzelle beschaffen können und innerhalb wirklich kurzer Zeit ist sowohl bei ihm, als auch in seinem Pfarrverband bei der Pfarre Ragnitz eine Telefonzelle gestanden, die jetzt als Bücherzelle benutzt wird. Und das war mein erster Erfolg, ja, und der war eigentlich ganz schnell bewirkt und hat mich irrsinnig motiviert. Das heißt, hört sie mich alle? Ja, ich habe dann mir gedacht, wow, das ist aber schnell gegangen und habe gleich wieder das Nächste umgesetzt. Das heißt, ich habe aufgelistet, wo es überall offene Bücherregale in Graz gibt und habe mir gedacht, naja, das mache ich jetzt nicht nur für mich, sondern ich muss das irgendwie verbreiten. Und ich habe dann 2016 im Herbst die Facebook-Gruppe Offene Bücherregale Graz und Graz Umgebung gegründet. Mittlerweile hat die, glaube ich, 1800 Mitglieder diese Gruppe, also ist gut angewachsen und habe aber wieder das Nächste. Also es hat sich dann so beflügelt, also ich bin irgendwie echt euphorisch geworden, dass ich wirklich was tun kann und eigentlich so ein bisschen die Message in die Welt bringe. Ich habe dann auch die Facebook-Gruppe Zero Waste übernommen als Administratorin, die damals ziemlich eingeschlafen war, und zugemüllt mit Spam war, übernommen, 470 Mitglieder mittlerweile hat sie, glaube ich, das weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, fast 5000 oder 4000, irgendwas, keine Ahnung, ich glaube, es kommt bei irgendeiner Folie dann nachher. Und dort habe ich begonnen, so Tipps zu geben über ein nachhaltiges Leben, das heißt immer auch vor allem Möglichkeiten, was es in Graz schon alles gibt. Und das ist so gut angekommen, dass mir dann die Leute gefragt haben, ob ich das nicht irgendwie in anderer Form machen könnte oder auch in ein Buch, ein Buch schreibe. Und dann haben wir gedacht, na, Buch, das ist so schnell veräutert und vielleicht eine Webseite. Und das ist aber alles in weniger Wochen bzw. Monate gegangen, weil im Herbst eben 2016 die Facebook-Gruppe gegründet. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss das ein bisschen nachhaltiger machen, dass nicht die Facebook-Infos doch wieder gleich wieder verschwinden. Ich muss eine Webseite gründen. Das war halt dann Anfang 2017 habe ich diese Webseite gegründet, nachhaltig in Graz. Das war zuerst, wenn man überlegt, so als Zero Waste Graz nennen. Das war dann mir zu eng und nachhaltig in Graz hat das ein bisschen besser umfasst. Einfach das, was ich damit beabsichtigen wollte. Nämlich zu informieren und zu motivieren zu einem nachhaltigen Lebensstil. Und einfach auch zu vermitteln, dass nachhaltig und umweltbewusst Leben auch Freude macht. Kein Verzicht ist. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Also dass ich da die Leute begeistere und ich hoffe auch mit meiner Begeisterung ein bisschen anstecke. Und natürlich, dass eben für die Grazerinnen einfach das umweltbewusste Leben einfach so einfach als möglich sein soll. Das habe ich nämlich auch bemerkt, dass ich auf der Suche nach einem Milchautomaten in Graz Ragnitz habe gehört, da gibt es ein. Und ich habe das Internet abgesucht und ich habe so lange gesucht, bis ich dann irgendwie draufgekommen bin, wo er wirklich ist. Und dann habe ich mir gedacht, das kann nicht sein, das muss einfacher sein. Also das gibt, die Leute arbeiten so viel, die nehmen sie nicht die Zeit. Das machen nur die richtigen Freaks. Und deswegen war es mir einfach ein Anliegen, diese Informationen zu sammeln und zu präsentieren. Das geschieht eben auf dieser Webseite. Ich weiß nicht, manche mögen sie ja doch wahrscheinlich kennen. Was tun wir jetzt eben? Also eben diese Webseite, wo wir eben Informationen und Motivationen geben, auch Möglichkeiten, wo man sich engagieren kann. Das ist mir sehr wichtig, weil es soll nicht nur so sein, dass die Leute in ihren Räumen alleine für sich nachhaltig leben, sondern es soll ein bisschen weitergehen, sich mehr zu engagieren, andere auch anzustecken und einen nachhaltigen Terminkalender befüllen werden. Normalerweise trage ich da 100 bis 150 Termine pro Monat ein. Leider Corona hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Andererseits kommen ja jetzt ganz viele Online-Veranstaltungen dazu, die normalerweise auch in Wien stattfinden. Also ich finde es auch ganz interessant, dass ich jetzt an Konferenzen ganz locker teilnehmen kann, die in Wien gerade passieren. Und es ist auch sehr bereichernd. Ich hoffe, dass ein paar Sachen auch fortgeführt werden. Also diese Möglichkeiten, dass man da teilnehmen kann zum Beispiel. Ja, wir betreiben jetzt nicht nur diese Webseite nachhaltig in Graz, die aber schon mega viel Aufwand ist, weil, ich weiß ja nicht, wer sie kennt, es ist unglaublich viel oben. Man kann Tage verbringen, also nicht nur Stunden, sondern man kann da wirklich sich durchackern durch die verschiedensten, vielfältigen Beiträge. Und wir haben aber trotzdem noch so viel zum Touren. Also es ist, mein To-Do-List ist total lange und wir freuen uns auch über jede Hilfe diesbezüglich. Ja, also unbedingt herzlich willkommen, wenn wer mitarbeiten möchte. Wir betreiben seit Mitte Dezember 2018 auch einen Verschenkladen in der Leonhardstraße 38 ist irgendwie auch so sehr spontan passiert, weil mich das einfach immer gestört hat, dass viele wegschmeißen und neu kaufen. Und ich glaube, dass eben auch viele Dinge secondhand einfach keinen guten Geldwert mehr haben. Und dass einfach dieses Verschenken eine gute Möglichkeit ist. Der Laden geht irrsinnig gut. Wir machen das vor allem mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Zwei Angestellte haben wir, die übers AMS finanziert werden, Langzeitarbeitslose. Wir haben einen Punkt, also von jung bis alt, also unsere jüngste Mitarbeiterin ist eben 18 zur Zeit, bis Seniorinnen, Männer, Frauen, also hauptsächlich Frauen sind es doch gar, die sich ehrenamtlich betätigen. Inländer, Ausländer, Langzeitarbeitslose, Burnoutkranke, die nur für eine Stunde kommen können, aber auch gern was Sinnvolles tun. Also bei uns sind wirklich alle willkommen. Und mir taugt es einfach, dieses bunte Leben dort. Was wir noch machen, wir betreuen und organisieren oder machen auch bekannter die offenen Bücherregale. Also ich glaube schon, Graz hat 110 offene Bücherregale. Und ich glaube, dass, also ich habe jetzt nicht viel selber aufgestellt, das muss ich schon dazu sagen, aber ich glaube, dass es vielleicht doch ein bisschen, wir da schuld sind, dass wir es ein bisschen bekannter gemacht haben und beliebter gemacht haben. Also mir taugt es einfach. Also so ein offenes Bücherregal ist einfach ein irrsinnig schönes Miteinander. Bericht, weißt du, gibt es in der Steiermark-Zeit eine Zahl oder hast du nur Graz von den Bücherregalen? Ich habe es ja auf der Webseite aufgelistet unter Infos, offene Bücherregale. Und da habe ich dann die, die immer in der Steiermark bekannt sind, unten aufgelistet. Also ich glaube so 20, 25 sind es dann steiermarkweit, die ich kenne. Okay. Weil es sind ja einige nämlich auch aus der Steiermark da jetzt dabei. Also bitte gerne nachschauen und wenn ihr eines kennt, was nicht auf der Liste ist, bitte mir schreiben. Also natürlich, ich bin immer angewiesen auf Informationen, also gerade außerhalb von Graz, aber auch in Graz. Also Graz ist riesig. Ich bin einfach angewiesen auf die Mitarbeit von anderen und ich meine in Graz. Graz schreibt zum Beispiel, in Trofeia kommt es an uns zum Beispiel. In Trofeia, das weiß ich jetzt nicht, aber ich schreibe es mir gleich auf. Und sonst bitte nachschauen und mir die genaue Adresse. Also ich habe Steiermark weit aufgeführt, weil ich plane ja auch schon ein bisschen Steiermark weit zu gehen. Also das passt zwar noch nicht genau, wie ich das machen werde, aber so ein nachhaltiger in der Steiermark. Also ich kriege halt von rundherum den Wunsch, bitte macht sowas auch für unseren Bezirk. Ist aber nicht so einfach natürlich, wenn du nicht dort wohnst. Ja, also wir helfen auch beim Aufstellen von Verschenkregalen. Bei meiner Pfarre St. Leonhard, also nachdem das Bücherregal gestanden ist, habe ich ihm nämlich auch noch einen Foodsharing-Kasten aufgeschwarzt. Er hat dann gesagt, er kann auch einen Kühlschrank hingeben, der Pfarrer. Und am Schluss habe ich ihm noch wirklich das Verschenkregal aufgedrückt. Jetzt glaube ich, geht nichts mehr. Jetzt macht er schon einen Bogen um mich, wenn ich wieder komme. Also dort steht wirklich, ist die volle Sharing-Station geworden bei der Pfarre St. Leonhard, die übrigens jetzt der Klimabündnis-Pfarre geworden ist. Und mitunter sind eben diese Einrichtungen auch lobend erwähnt worden in dem Bericht. Das heißt, also das gefällt mir. Es ist einfach für mich eine ganz einfache Möglichkeit, da Ressourcen zu schonen mit dieser einfachen Weitergabe von Dingen. Kleidertausch- und Verschenkmärkte, da helfen wir auch mit. Mitunter auch bei einem Verleih einer Grundausstattung. Das heißt, wir haben, wenn irgendwer Kleidertauschmärkte veranstaltet, wir haben irrsinnig viel Kleiderständer, Kleiderbügel, die man eigentlich kostenlos vielleicht mit einer kleinen Spende für unseren Verein, weil wir doch eigentlich alles ehrenamtlich betreiben, sie ausleihen kann. Also wir haben eine Grundausstattung, sieht man auf der Folie Geschirr, Besteck, Porzellangeschirr. Also es ist halt alles bunt gemischt, es ist kein schönes, einheitliches Geschirr. Es ist was Buntes, kann man sich ausleihen und dadurch kein Einmalgeschirr verwenden und dann nicht irgendwie teuer sich wo ausleihen. Ein ganz neueres Projekt ist das Aufstellen von den Stoffsackerlständern auf den Bauernmärkten. Kommt sehr gut an. Mittlerweile haben wir schon 13 Bauernmärkte mit einem Stoffsackerlständer bestückt und dort werden gebrauchte Stoffsackerl aufgehängt und entnommen bei Bedarf und kommt irrsinnig gut an. Also mittlerweile arbeiten wir mit der Manufaktur zusammen, die uns aus Plattenrosten, also wirklich schöne Stoffsackerlständer, upcycling. Und die kann man auch käuflich erwerben. Also bei den Bauernmärkten kommen sie gratis hin und wenn Unternehmer oder andere Institutionen sowas haben möchten, dann kosten sie 35 Euro. Also auch nicht die Welt, man unterstützt damit auch einen gemeinnützigen Verein. Zu den Stoffsackerl, da kann ich jetzt einfach beim Bauernmarkt Stoffsackerl nehmen und kann man auch welche hinhängen oder wie? Genau, ja, darum geht es. Also ich habe selber entdeckt, dass ich halt am Anfang dieser Karriere, glaube ich, daheim 30 Stoffsackerl hatte. Ich meine, die braucht man nicht und ein Stoffsackerl ist auch nur dann nachhaltiger, wenn es ganz oft benutzt wird, als einmal Sackerl, als ein Plastiksackerl oder einmal Papiersackerl. Das sind halt so Sachen, also da bin ich immer sehr, also für diese kleinen Dinge sehr zu haben. Diese kleinen Dinge kann man aber auch sehr gut an, öffnen die Menschen und da bewirkt man eigentlich auch was. Also wenn so ein Stoffsackerl steht, da auf einem Bauernmarkt steht, das ist nicht nur ein Sackerl entnehmen, sondern, ja, einfach nichts wegschmeißen. Also da passiert was in den Köpfen, bilde ich mir ein oder hoffe ich zumindest, ja. Ja, und dann machen wir also in normalen Zeiten, also nicht Corona-Zeiten, auch Vorträge und Workshops. Also ich bin auch gern in Schulen, um eben auch wieder ein bisschen mein Lehrersein auszuleben. Aber im Prinzip mache ich das ja je jetzt mit der Webseite. Ich kann eben einerseits meine Leidenschaft mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit, aber andererseits auch ein bisschen das Lehrersein ausleben. Und kann da eben ein bisschen das Wissen verbreiten. Also für Vorträge und Workshops stehen wir auch gerne zur Verfügung. Und sonst ist mir, glaube ich, nichts eingefallen, was wir sonst tun. Wir haben, das ist jetzt die letzte Folie, die so über mich geht oder über uns geht, wir haben irgendwie, glaube ich, den Zahn der Zeit getroffen. Wir haben gleich in dem Jahr des Loslegens den Klimaschutzpreis gewonnen, sind Köpfe des Jahres 2017, der Kleinen Zeitung geworden, haben die Kurachette den Ehrenamtspreis der Grazer Grünen 2019 gewonnen. Auf der Webseite sind ziemlich viele Besucher pro Tag. Es variiert, während Corona-Zeiten war das halt wieder was um einiges mehr. Auf Facebook rund 7700 Abonnenten, das erstaunt mich eigentlich eh noch immer jedes Mal für eine Seite, die nachhaltig in Graz heißt, finde ich das schon sehr beachtlich. Also das Interesse ist da. Graz kann einerseits viel bieten, ein nachhaltiges Angebot, aber auch eben viel Nachfrage ist da. Instagram haben wir auch, eben auch vor allem für die Jugend. Leider bin ich da jetzt noch nicht ganz so fit, beziehungsweise habe ich einfach nicht mehr die zeitlichen Kapazitäten, alles so gut zu bestücken und zu bespielen, leider. Das heißt, je mehr Mitarbeiter wir haben, umso mehr können wir auch da bedienen und noch ein bisschen auch wieder die Message ein bisschen verbreiten. Also Social Media ist schon sehr wichtig für uns. Also alles, was wir nicht auf Facebook posten, schlägt dann schon wieder ein bisschen ein. Mein Sohn hat mitgewirkt, also ich habe zwei Söhne und mein größerer Sohn studiert Informatik seit kurzem und hat gesagt, er mag jetzt eine App programmieren und hat für uns die nachhaltigen Graz-App programmiert, die wirklich im Oktober online gegangen ist. Also ist vielleicht auch für Jugendliche sehr zum Empfehlen. Gibt es eben gratis Android und iOS. Man kann da wirklich schauen, wo ist das nächste offene Bücherregal, wo ist der nächste Kleidertausch. Aber heute momentan noch auf Graz beschränkt. Wir sind aber dabei, eben für Steiermark weit schon zu sammeln, diese ganzen Informationen. Es gibt Nachfolgeprojekte, auf die bin ich ganz stolz. Nachhaltig im Burgenland, nachhaltig im Wechselland ist ganz was Kleines. Nachhaltig in Baden, nachhaltig im Innenviertel schaut genauso aus wie nachhaltig in Graz. Die haben nämlich den gleichen EDV-Betreuer dann genommen. Nachhaltig in Berndorf, auch in Deutschland gibt es jetzt mittlerweile zwei Seiten, die uns angeschrieben haben und gesagt haben, das ist super, Sie möchten das auch machen. Wie habt ihr das gemacht? Ich gebe dann auch die Tipps, ich verschicke sogar die Statuten. Das heißt, ich bin wirklich irrsinnig dankbar, wenn sich jemand die Arbeit antut und das bei sich in seinem Ort und in seinem Gebiet macht. Einfach weil ich finde, damit kann man ganz viel bewirken und ganz viel abkürzen. Wir betreuen auch noch die Facebook-Gruppen, eben Zero Waste Graz, 4.800 Mitglieder hat sie jetzt. Was ist nachhaltiges Graz, 2.800 und offene Bücherregale Graz mit 1.900, die ich eben da extra gegründet habe erst. Also es tut sich was. Das Interesse ist da und ist groß und eben auch bei der Jugend. Das merke ich. Gibt es denn Fragen? Zur Zeit nicht. Ihr könnt gerne Fragen in den Chat schreiben oder dann können wir sich stellen, aber zur Zeit nicht geschrieben. Das Sharing ist einfach mein Lieblingsthema, weil ich empfinde, das ist für mich die einfachste Möglichkeit, Ressourcen zu schonen und unser Klima zu schützen. Und zwar für alle und eben auch vor allem für Junge. Weil ich glaube, junge Leute haben jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Also Auto ist jetzt nicht so unbedingt relevant für sie. Also über den Konsum ist, glaube ich, kann man sich nur am meisten packen. Und es hat eine soziale Komponente damit. Das Tauschen und Teilen hat einfach mit einem Miteinander zu tun. Also das heißt, da passiert für mich auch noch ein bisschen mehr, als nur rein auf die Sache bezogen. Das ist eine Ahoch und das Bild von der Schule. Das ist eine Bedeutung von der Schule, die da ist ein bisschen weitergehalten. Und da braucht es auch noch ein bisschen mehr, die da sind auch in der Schule. Und dann ist es auch noch ein Kostnixregal. sondern eigentlich so ein Verschenkregal ist, glaube ich, kein Problem. Also noch leichter ist natürlich ein offenes Bücherregal. Also das merke ich einfach aus der Erfahrung, dass das einfach ganz gut zu managen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Jugend ist, ich ja immer wieder die verschiedensten Meldungen lesen ist, ich weiß nicht, meine Jungs haben schon viel gelesen früher, momentan auch weniger, ich meine, sie sind jetzt schon älter, aber ich höre bei den Vorträgen immer wieder, dass schon Schüler wieder fasziniert sind zu hören über die offenen Bücherregale, dass es so viele gibt. Also ich glaube, das mit den offenen Bücherregalen lernt man nicht als unwichtig erachten. Also ich glaube, dass manche Jugendliche da auch schon zu packen sind mit dieser Geschichte. Kleidertauschmärkte kommt sehr gut an, also Vintage ist wieder in, zumindest in unseren Verschenkladen in der Leonhardtstraße, es kommen ganz, ganz viele junge Leute. Also unser Publikum ist eher sehr jung. Wirklich auch Schüler und die ja sagen, ich finde nur bei euch mehr was. Und ich habe sowieso coole Sachen und das ist so spannend, ob man was findet und was man findet. Bei Foodsharing auch, ist natürlich auch eine Form des Sharings, Lebensmittel retten, kann man auch praktizieren. Also meiner Erfahrung nach oder meines Wissens nach muss man dann 18 Jahre alt sein, dass man da mitmacht, wirklich praktizierend. Natürlich kann man an Foodsharing Lebensmittel verteilen, auch irgendwo, also was weiß ich nicht, Jugendzentrum oder auch in einer Schule. Also habe ich auch schon erlebt, also eine Schule hat das Projekt gemacht, einen, also ein Lebensmittelschwerpunkt in einem Jahr. Und haben dort einen Kühlschrank und ein Regal installiert und dort Lebensmittel auch noch verteilt, die übrig geblieben sind. Also haben natürlich, also das war schon ein mittleres Management, das zu installieren, also auch um rechtlich alles abzusichern. Also das mit Lebensmitteln ist natürlich immer noch eine Spur heikler, muss ich sagen. Also bei Details kann man mich immer gerne auch fragen. Also wenn man da, wenn einem irgendwas reizt, kann ich mich ja das und das umsetzen. Also gerne wirklich kontaktieren, dann können wir ins Detail gehen. Urban Gardening ist auch eine Form des Teilens. Ja, ich teile mir am Garten die Arbeit und die Erträge. Also super. Talentetausch kann ich auch empfehlen. Hat auch was. Haustausch, dann gibt es noch das Wufen, Mithilfe am Bauernhof und gemeinschaftliche Wohnprojekte. Nehmen wir jetzt auch immer mehr zu. Da fällt mir das Kambium in Fähring ein oder Eckersdorf, das kooperative Wohnprojekt. Dann natürlich die Stadtbibliothek. Dingeborg, seit kurzem gibt es eben eine eigene Abteilung in der Mediathek der Stadtbibliothek, wo man auch einige Dinge ausleihen kann. Also Sharing nimmt immer mehr zu, wie man sieht. Und natürlich Carsharing. Mehr ist mir da jetzt nicht eingefallen. Wahrscheinlich gibt es schon noch einiges. Ja, also. Gut. Vor- und Nachteile. Wie man sieht, oben die Plus, unten die Minus. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Nachteile. Aber eindeutig überwiegen für mich eher die Vorteile. Ich spare Ressourcen, ich vermeide Müll, ich vermeide Abgase, Energie bei der Herstellung. Man spart sich auch viel Geld. Das ist auch immer das, was man auch hervorheben sollte. Man spart sich viel Geld. Ich kann das Geld, das ich mir spare, anderweitig investieren. Entweder in gute, qualitätsvolle Produkte oder ich kann einfach auch weniger arbeiten. Ich meine, für mich ist Arbeitszeitreduktion auch sehr nachhaltig, muss ich sagen. Also wenn wir alle ein bisschen weniger arbeiten würden und dafür weniger Müll konsumieren, hat das einfach einen Vorteil, nicht nur für uns. Es kriegen auch wieder andere mehr Arbeitsplätze. Also für mich ist das, weiß ich nicht, vielleicht ist das ein naiver Gedanke, aber eine gute Möglichkeit. Und wahrscheinlich auch jetzt irgendwann einmal früher oder später so da hinkommen. Durch Sharing lernt man viele Gleichgesinnte kennen. Das hat mir zum Beispiel irrsinnig getaucht. Ich habe geglaubt, in meiner Steuerberatungswelt, ich bin alleine mit meinen furchtbaren weniger arbeiten, weniger konsumieren, weniger auf Urlaub fahren Gedanken. Aber nein, bin ich gar nicht. Es gibt noch mehr solche Freaks da draußen und die einfach wieder miteinander leben wollen und auch wieder mit weniger auskommen und denen das nichts macht, wenn die Sachen gebraucht sind und die dazu stehen und sagen, schau, das, was ich da jetzt anhabe, zum Beispiel, ist vom Verschenkladen. Und da eben stolz sind. Die Community, die vernetzt und inspiriert sich gegenseitig. Also das ist auch sehr erfüllend und gewinnbringend. Durch das Teilen wird, habe ich schon gesagt, das Miteinander und die soziale Ader gestärkt. Also ich merke das einfach, was mit den Menschen passiert. Bei uns auch, jetzt begleite ich sie teilweise schon sehr, also seit Dezember 2018 im Laden, sowohl unsere Besucher als auch ein Teil unserer Mitarbeiter wirklich von Anfang an. Und das ist schon, also es ist auch mit mir irrsinnig viel passiert. Also eigentlich habe ich das Projekt gestartet, also diesen Verschenkladen, um Ressourcen zu schonen und das nicht so viel wegschmissen wird. Aber das sozial auch mit mir so viel passiert, dass ich einfach die Leute so, wie soll ich jetzt sagen, das klingt jetzt blöd, Lieben gelernt habe, ja. Dass ich einfach total dankbar bin für diese Herausforderungen, die mir da gestellt werden. Dass da Bettler kommen, vielfältigste Kulturen und dass ich damit lernen muss, auch mit denen umzugehen. Dass ich merke, die werden immer nur überall gebeutelt und ignoriert. Und jetzt können sie da einmal aber auch wieder in Würde die Sachen holen, ohne dass sie was zahlen müssen. Also das hat mit mir auch irrsinnig viel gemacht. Und ich glaube, dass das einfach ein gutes soziales Projekt ist. Und auch gerne, also ich sage immer dazu, gerne in unseren Verschenkladen kommen. Also das biete ich ja nachher noch auf einer Folie eben an, sowohl mit Jugendgruppen. Also wir haben schon ganze Schulklassen da gehabt. Ich meine, das sollten wir jetzt vielleicht nicht machen, weil der Laden sehr klein ist, 35 Quadratmeter. Aber dort passiert nämlich sehr viel. Also wir haben auch einen Foodsharing, einen Kühlschrank dort stehen. Ich kann dort ganz viel in einer halben Stunde einfließen lassen an Information, aber auch ganz viel visualisieren. Weil eben der Überfluss dort eben so gewaltig ist. Und wir haben dort aber auch ganz viele Upcycling-Projekte. Wir sammeln ja diverse Dinge, die eigentlich schon Müll sind, aber wo Leute wirklich noch was draus machen. Also es passiert dort irrsinnig viel. Und eben es ist mit mir viel passiert. Und das möchte ich auch gerne weitergeben, weil es einfach total bereichernd ist. Und ich finde es einfach sehr positiv. Das Sharing wird aufgrund der steigenden Digitalisierung immer leichter. Also ich habe mir nie gedacht, dass ich früher, also vor ein paar Jahren noch, dass ich mal zu Facebook dazugehen werde. Aber Facebook erleichtert diese ganzen Sachen. Das heißt, wenn ich irgendein kurioses Ding in meinem Verschenkladen habe, ich kann das in irgendeiner Verschenkgruppe posten. Und es nimmt mir jemand ab und braucht es noch. Das heißt, es muss nicht weggeschmissen werden. Also das wird einfach immer leichter. Und das Sharing funktioniert natürlich auch im kleinen Kreis, einfach in der Nachbarschaft. Wir schaffen uns nur einen Rasenmäher an. Wir brauchen nicht drei für jeweils 250 Quadratmeter und so weiter oder eine Bohrmaschine. Und dadurch auch wieder mehr miteinander. Und die Nachteile, ich habe jetzt nicht recht viel nachgedacht, aber es kann natürlich ausgenutzt werden, dass einer nur auf Kosten der anderen lebt. Ich habe keine Garantie auf diese Dinge. Und wenn ich irgendwas suche, dann ist natürlich die Möglichkeit, dass ich es finde, kann natürlich sehr gering sein. Also ich muss mich halt oft auch überraschen lassen, ob ich es finde oder nicht. Bitte. Beatrix, es gibt eine Frage. Und zwar, wie siehst du das Thema geplante Obsoleszenz? Ein Gegenpart zur Nachhaltigkeit? Ja, natürlich. Also das ist auch ein... Also geplante Obsoleszenz heißt, dass die das... Vor allem elektrische Geräte, also eine Schnittstelle eingebaut quasi haben und einfach nicht mehr lange halten sollen. Und deswegen bin ich ja dafür, dass eben viel Geld einerseits gespart wird durch Secondhand und andererseits eben in wirklich Qualitätsprodukte investiert wird, als die wieder reparabel sind, ja, und wieder repariert werden können. Das andere, bist du bei Repaircafé? Ist das auch irgendwie bei euch dabei oder gar nicht? Also Repaircafé halt... Ja, wir stellen uns vor, geben die Termine rauf, machen Werbung dafür, also organisieren tue ich keins. Also ich bin leider kein guter Bastler, aber ich finde es super. Also und ich bin auch dafür, dass die Jugend... Also das habe ich jetzt schon öfters erwähnt, ob sie nicht Workshops anbieten, ja, dass die Jugend wieder lernt zu reparieren. Das wäre mir sehr wichtig. Leider habe ich es eben selber auch nicht mitgekriegt. Ich war in einem Jugendzentrum in Graz, da war ein Repaircafé und ich bin mit einem Trinkbrunnen von meinem Dakota hingegangen, weil das Kabel durchbissen hat. Und was mir so gefallen hat, war eigentlich ein Jugendlicher, der war 13, nein, 14 war er, 14, der hat es dann, er hat es mir gelötet und repariert. Also der 14-Jährige mit Anleitung von dem Jugendbetreuer, aber das war super. Also ich glaube, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass wir das wieder fördern, also die reparieren. Ist noch eine Frage? Ja, es kommt gerade wieder was nach. Doch, wie sieht es eigentlich rechtlich aus, wenn ich offiziell als zum Beispiel Jugendinfo einen Rasenmäher verleihe und dann damit ein Unfall passiert? Oder wenn verdorbenen Lebensmittel bei Foodsharing weitergegeben werden und die jemand konsumiert? Gibt es da Regelungen, eine Haftung oder so irgendwas? Also bei Foodsharing ist immer alles auf Eigenverantwortung. Also das steht ja überall bei jedem Kühlschrank oben und so weiter. Also das ist einfach die Eigenverantwortung. Ich glaube, man kann auch wieder seine Sinne ein bisschen einsetzen, wenn was komisch riecht oder komisch ausschaut oder einfach einmal nur vielleicht kurz, weiß ich nicht, Zunge kosten. Ja, also, dass man da halt auf Eigenverantwortung. In einem Jugendzentrum ist es halt schon wieder, oder in der Schule, ist es schon wieder ein bisschen schwieriger. Also da weiß ich jetzt eigentlich rechtlich nicht, was man darf und was man nicht darf. Ich meine, ich weiß, dass jetzt in einer Schule, das habe ich noch am Vortrag initiiert, auch das Schulessen abgeholt wird von Foodsharing. Und Foodsharing entlässt dann die Schule aus der Verantwortung. Und die Verantwortung ist eigentlich dann, bei Foodsharing, aber sie sichern sich auch wieder ab, weil eben dann auf Eigenverantwortung entnommen wird. Also das mit dem Rechtlichen, obwohl ich Just studiert habe, ich denke mir oft, wir müssen wieder ein bisschen mutiger werden und nicht immer alles so absichern. Das mit dem Rasenmäher, wie würde ich das jetzt beurteilen? Ich meine, ich glaube, dass das auch Eigenverantwortung ist. Also ich weiß nur, wenn zum Beispiel bei uns, also bei ehrenamtlichen Tätigkeit, wenn da was passiert, da gibt es eine Ehrenamtsversicherung, dass da die Ehrenamtlichen von der Stadt Graz versichert sind. Das habe ich gecheckt, weil das war mir irgendwie wichtig, wenn da was passiert, im Laden, da habe ich mir am Anfang echt Sorgen gemacht und habe mich da erkundigt, ob ich da extra Versicherung abschließen muss. Nein, gibt es von der Stadt Graz für ehrenamtliches Engagement, wenn man sie zusammentut, vielleicht, also wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann macht man einen Vertrag. Ich meine, dann kann ich auch was schriftlich absichern. Also wenn ich wirklich ganz, ganz sicher gehen will, würde ich machen vielleicht, ja. Aber die Frage ist, wie dann der andere reagiert, also kommt immer auf den anderen drauf an, wenn ich schon weiß, das ist ein komischer Geselle, der zackt mich dann an, weil, weiß ich nicht, weil er mit Rasenmäher über seinen Fuß drüber gefahren ist. Nein, keine Ahnung über, ja, also, es ist natürlich immer ein bisschen ein Risiko, ja, und das war wahrscheinlich der Grund, warum wir jahrelang alles selber gekauft haben und dann steht das Auto halt 23 Stunden und das teilen wir uns ganz sicher mit niemandem, weil es könnte ja was passieren. Und das sind halt so diese Gedanken, die man dann, die dann dazu führen, dass wir alle alles allein daheim haben und alle versuchen, nur alleine zu leben. Also man muss vielleicht wieder ein bisschen Kompromisse eingehen, finde ich. Beatrix, es gibt noch eine Frage, und zwar, Lisa beschäftigt sich mit dem Thema, welchen Beitrag kann soziale Arbeit in Graz zur Bekämpfung der Klimakrise leisten? Meine damit konkret, wie soziale Einrichtungen in Graz umweltbewusst reagieren, wie zum Beispiel Jugendzentren, sozialpädagogische WGs, sämtliche soziale Einrichtungen in Graz. Gibt es dazu Auflistungen oder hätten Sie Ideen, an wen ich mich konkret wenden könnte? Ja, ich meine, bei den Jugend, also vielleicht ist das eben gerade nachhaltiges Engagement wecken, meine nächste Folie dazu passend. Vielleicht mache ich die zuerst noch und gehe dann ein bisschen im Laufe dieser Folie auf das ein. Also Klimawandel ist eben eine Bedrohung für die Jugend, und zwar vielleicht ein größeres, also nicht vielleicht, sondern ganz sicher ein größeres als Corona jetzt. Deswegen ist es immer so wichtig für mich eben, sie zu motivieren, einerseits eben selbst umweltbewusst zu leben und andererseits eben auch das Engagement zu wecken. Weil Engagement finde ich, also wenn ich tue, geht es mir einfach besser, als wenn ich nur still bin und zusehe und es passiert rundherum um mich. Also deswegen ist es, glaube ich, wichtig, eben die Kinder und Jugendlichen zu einem Engagement hinzuführen. Dieses Engagement kann natürlich vielfältig sein, zum Beispiel eben, dass man ein offenes Bücherregal errichtet, dass man Müll sammelt, aber auch vielleicht die nächste Stufe ist wieder, dass man schon Müllsammelaktionen organisiert, dass man Flugzettel, Leserbriefe schreibt, in diversen Initiativen mitwirken. Also da merke ich einfach, also ich habe ja auch zwei Söhne, also junge Erwachsene mittlerweile. Ich merke auch im Umkreis, also ich bin da doch viel mit Müttern zusammen, mit Kindern im jugendlichen Alter, dass manche wirklich sich Sorgen machen, wirklich massive Sorgen machen. Und wo ich mir auch schon Sorgen mache, wie kann ich Ihnen helfen, dass Sie da wieder Fuß fassen und Mut fassen. Und da hilft aber wirklich, dass Sie auch in Initiativen mitwirken, also dass diese Möglichkeiten anbieten. Nur das ist halt bei jedem verschieden. Was wirkt? Also der eine fühlt sich von Fridays for Future angesprochen, der andere sagt, die sind ja alle nur blöd. Also es gibt kein Allheilmittel oder kein Patentrezept, was man da probieren könnte und was eben für alle und manchen geht überhaupt das Thema immer am Arsch vorbei. Also das merke ich halt auch bei den Schulvorträgen. Also manche schlafen ein, manche sind hellhaut begeistert, manche lassen sich eben von dem anderen Thema packen. Also der Zugang muss auf vielfältige Art und Weise passieren. Weil den einen kann ich mit dem Thema packen, mit Zero Waste, den anderen kann ich mit Radl fahren packen und gleichzeitig wächst es dann und geht dann immer weiter. Also so habe ich halt einfach auch in meiner Arbeit bemerkt. Ja, deswegen schauen wir ja, dass auch nachhaltig in Graz auf der Webseite auch so viel oben ist, damit jeder sich was findet. Ja, weil es ist eben nicht, es ist halt ganz vielfältig. Ich meine, mich interessiert auch zum Beispiel keine E-Autos oder so, weil ich mich da einfach zu wenig auskenne. Aber das Thema ist einfach nicht meins. Aber dafür habe ich halt das Sharing und ja, Tauschen und Teilen. Ja, also wie gesagt, es gibt kein Patentrezept. Was die Jugendlichen brauchen, ist meiner Erfahrung nach immer Information. Sie sind auch ganz gierig, immer nach Zahlen. Also warum und eben, ja, wie viel, also das wirkt am meisten, wenn Sie zum Beispiel wissen, wie viele Tonnen Lebensmittel werden weggeschmissen. Also das vielleicht auch noch ein bisschen visualisiert, dass man sich das vorstellen kann. Also da passiert oft was. Oder dass man sagt, der Wälderschöpfungstag ist jetzt schon Ende Juli, Anfang August. Da haben wir die ganzen Ressourcen des ganzen Jahres verbraucht. Aber gleichzeitig immer Motivation und Begeisterung wecken. Ja, also das gelingt natürlich nur, jetzt fangt es schon wieder sehr zum Blinken an. Das gelingt natürlich nur, wenn man selbst die Begeisterung hat. Ja, dass ich eben die Begeisterung auch übertrage. Und dann kann ich sie packen. Und ja, dass sie einfach von sich aus auch was tun wollen. Jetzt nicht nur tun müssen, sondern eben auch wollen. Das sagt immer meine Kollegin, so gut, von nachhaltigem Burgenland, von müssen zum wollen. Gefällt mir irrsinnig. Und eben immer auch den Fokus aufs Positive lenken. Ich meine, natürlich geht es nicht ohne Zahlen oder ohne Aufwecken, weil sie müssen ja, man muss ja wissen, warum sollten wir das alles machen? Und warum sollte man uns ändern? Fokus aufs Positive lenken. Weil sonst hat es ja eh keinen Sinn. Und auch den eigenen Vorteil hervorstreichen. Das heißt, damit glaube ich, kann ich auch immer sehr gut motivieren. Eben, ich spare Geld durch diese nachhaltige Lebensweise. Das ist ein bisschen weniger. Ich spare mir Zeit, weil ich dadurch weniger arbeiten muss. Also das kann man dann auch immer vermitteln. Und eben auch immer die Frage, welche Zukunft wünschen wir uns? Ja, für uns und für unsere Kinder. Oder welche Zukunft wünschst du dir? Ja, die eben, wie ich schon gesagt habe, vorher eben verschiedene Zugänge. Man kann, weiß ich nicht, es gibt die Kleidertausch und Vintage-Fans, die man dadurch packen kann, dass man halt einmal einen Kleidertausch organisiert und vielleicht auch recht viel einfließen lässt mit Informationen. Wie schaut es denn aus? Ist jetzt die Fashion-Industrie wirklich der zweitgrößte Markt, also umweltschädliche Markt unserer Erde nach dem Erdöl? Also da kann ganz viel passieren. Und dadurch habe ich wieder einen angelockt. Es kann natürlich ein Radlfahrer, übers Radlfahren in das nachhaltige Leben hineinkommen. Und dann, dass ich vielleicht einmal mit einer Gruppe Jugendlichen mitfahre bei einer Critical Mass. Das ist eben am letzten Freitag im Monat, wir haben auch darüber auf der Webseite geschrieben, jeden letzten Freitag im Monat wird einfach so ein bisschen durch Graz gefahren. Und es wäre, also mitten auf der Straße, also es ist eine friedliche Geschichte. Also nichts, also ich bin gegen jede Form der Gewalt natürlich, aber schon immer ein bisschen, also ich bin schon mutiger. Ich bin schon mutiger geworden, sagen wir so, also ich bin eigentlich sehr schüchterner Typ, aber durch nachhaltigen Graz bin ich mutiger geworden. Ich gehe auf Demos, also nur friedliche und eben diese Critical Mass ist etwas unglaublich Schönes, also auch Verbindendes. Also ich bin einmal leider erst mitgefahren, aber das Gefühl war aber wunderbar. Also das kann ich zum Beispiel auch empfehlen. Also ich denke mir, da passiert, also bei solchen Sachen passiert was mit den Menschen. Also entweder du bist total abgestoßen und sagst, das magst du nicht oder es wächst was und es geht was weiter. Natürlich viele Jugendliche sind über die fleischlose Ernährung jetzt zu packen, also sei es vegetarisch oder auch vegan. Da kommen jetzt ganz viele auch in die Nachhaltigkeitsszene hinein. Und ich muss sagen, diese Nachhaltigkeitsszene in Graz ist eine, in der ich meine Kinder zum Beispiel gerne sehen würde. Also ich habe, es gibt natürlich viele andere Szenen, wo ich sie nicht gerne sehen würde, aber das kann ich einfach, also das ist eine gute Gemeinschaft. Also die schaut aufeinander und ja, ist einfach empfehlenswert, sich dort zu engagieren. Und da kann man eben aber auch je nach Typ, also ich kann jetzt nicht sagen, geht es dort und dorthin, sondern ich meine, schaut es sich an oder ladet die Leute ein oder legt einfach die Möglichkeiten auf, was es gibt. Und ich meine, da hilft natürlich Nachhaltig in Graz, weil es eben viel auch Formen des Engagements aufzeigt. Also wir haben auch fast alle Initiativen schon dargestellt, aber uns schreiben auch ganz viele Leute an, wo kann ich mich engagieren und dann suche ich was. Also ich treffe mich auch mit den Leuten, die können zu uns kommen, in den Laden helfen, mitschreiben bei uns oder auch, ich sage einfach, du, ich glaube, das wäre was für dich. Also ich bin eigentlich immer so, immer in meinem Kopf, tue ich immer vernetzen. Also es ist mir einfach wichtig, dass ich für den Menschen was finde, wenn ich schon merke, der mag sich engagieren und da fällt was auf einen fruchtbaren Boden, dass ich dann versuche, das Richtige zu finden. Ja, es gibt ja die Minimalisten unter den Jugendlichen, die brauchen gar nicht mehr viel zum Leben, das taucht nur viel. Also die, oder auch die Bastler, die gerne reparieren, wie du gesagt hast. Oder auch die wirklich Zero Waste, also bei meinen Vorträgen in den Schulen, da gibt es schon vor allem Mädchen, die total auf Zero Waste sind. Ja, und das halt einfach so, also ein bisschen als Lifestyle auch leben. Ja, es ist ja auch nichts Schlechtes, wenn man sich einmal so Zero Waste neue Produkte kauft, die eben qualitätsvoll sind, wie ein Rasierhobel oder so. Ja, also die einmal geweckte Begeisterung, denke ich mir, heute dann ein Leben lang, beziehungsweise wächst und verändert sich. Und eben diese Begeisterung zu wecken, es gibt wirklich kein Patentrezept, sondern es sollte eben wirklich eben so mit so kleinen Dingen passieren. Ich weiß nicht, Lisa, hat das die Frage ein bisschen beantwortet? Ansonsten? Hört man mich? Ja. Ja, schon in gewisser Weise, aber mir geht es eher darum, weil ich studiere im Sozialpädagogik und will meine Masterarbeit eben drüber schreiben, was soziale Arbeit in Graz derzeit schon leistet in Sachen Klimabekämpfung, Umwelt und was noch geleistet werden kann. Ich setze mich dadurch natürlich mit verschiedenen Ämtern auseinander auch und so weiter, aber ich würde nur fragen, ob Sie vielleicht auch schon mit sozialen Einrichtungen zusammenarbeiten oder ob generell jemand, der hier ist, da sind ja viele von sozialen Einrichtungen auch hier, mir schon sagen kann, ob ich mir am besten wenden kann, wo man schon weiß, die arbeiten schon, weil ich finde, soziale Arbeit arbeitet großteils mit Jugendlichen, also in vielen Formen und da ist es fast unsere Pflicht eigentlich, klimabewusst, umweltbewusst zu handeln, zumindest dieses Handeln weiterzugeben, ob da schon einiges gemacht wird oder eben noch nichts ist in Graz. Das wäre eher meine Frage gewesen. Also nicht, passiert sicher nicht, also ich bin ja schon zu einigen Institutionen eingeladen worden, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, also so Familientreffs, war ich bei zwei verschiedenen schon einmal, die einfach also so Eltern, Kinder, Treffs, wo ich Vorträge gehalten habe. Ansonsten, also es finden schon auch immer wieder so Kleidertauschmärkte statt und ansonsten finde ich das auch einen guten Ansatz. Natürlich ist es, also man kann dort ganz viel bewirken. Das ist eben das, wo ich mir jetzt immer lade sehe, dass ich doch keine Lehrerin bin, weil ich mir denke, ich könnte dort ganz viel so ein bisschen einfließen lassen, so kleine Anregungen und so. Aber was jetzt tatsächlich passiert, weiß ich jetzt noch nicht. Also da müsste man sich ja konkret fragen. Also da kann ich leider die Arbeit nicht abnehmen, würde mich aber selber interessieren. Und auch, dass das vorseert wird natürlich. Also das wäre auch in meinem eigenen Interesse. Also ich würde mir das wünschen, dass eben Graz so richtig auch die Öko-Hauptstadt wird. Ich meine, eigentlich wäre es wichtiger, wenn es alle werden, gell, aber also dass da möglichst viel passiert. Aber können wir uns vielleicht einmal auch so, du könntest mich gerne auch anschreiben und dass ich da vielleicht nochmal nachdenke, was passiert, gell, oder wie die Vereine, Kassen haben, die mich da eingeladen haben. Leider weiß ich es nicht mehr. Aber ich habe sogar, glaube ich, ich habe da eine Webseite drüber geschrieben, über beim Thema Vorträge eigene, habe ich kurz erwähnt. Also Mimi, gibt es das aus irgendeinem Verein Mimi? Ja, also da können wir gerne noch vielleicht behilflich sein, über E-Mail oder so. Super, danke, dann werde ich mich sicher mal melden. Und ich würde mich gerne interessieren, dann die fertige Arbeit. Also man kann es auch vorstellen, dann auf der Webseite, falls gewünscht wird. Also ja. Ja, und dann habe ich einfach nur Vorschläge, was man vielleicht machen könnte in der Jugendarbeit. Also ich weiß jetzt nicht, wie die einzelnen Berufe jetzt der Teilnehmer sind, welche Möglichkeiten da bestehen, gell, also falls was nicht für euch zutreffend ist, ich weiß, also tut mir leid auch, ich weiß es ja nicht, was ihr für Möglichkeiten habt, etwas umzusetzen, aber man kann ja einfach die Anregungen weitergeben. Eben immer, bei mir eben der Schwerpunkt jetzt doch auf Sharing, weil das eben doch auch ein Thema war, gell. Kleidertauschmärkte und Secondhand-Kleiderbörse eben veranstalten, mit eben vielen Infos dazu, ja, dass sie eben merken, warum tut man das? Nicht nur, um ein neues Outfit zu kriegen, sondern warum sollte man das machen, ja? Ein Tauschfest organisieren zum Beispiel geht auch schon in Schulen, also auch schon, also vor allem auch in der Volksschule, denke ich mal, mit den ganzen Spielsachen und so weiter. Ist zwar ein bisschen ein Aufwand, aber er lohnt sich. Und ich glaube, da passiert eben auch mit den Eltern und weitergehend, also in den Familien etwas. Ein offenes Bücherregal aufstellen, die einfachste Möglichkeit. Ich glaube, das haben jetzt eher schon viele. Oder auch so Büchertauschaktionen. Vor allem auch draußen, also etwas im Outdoor-Bereich aufstellen, mit einer gewissen Außenwirkung. Das geht ja noch einmal einen Schritt weiter. Ein Verschenkregal aufstellen, in einer Jugendeinrichtung. Schauts, da tun wir tauschen und teilen. Warum machen wir das? Weil viel zu viel im Überfluss da ist, weil viel zu viel weggeschmissen wird. Wir wollen nicht, dass so viel weggeschmissen wird. Das heißt ja noch Giftbox, auf Neudeutsch. Dann eben mit Lebensmitteln eben, ist ein bisschen heikler. Also das ist sicher das, wo ich mich am spätesten drüber trauen würde, wenn ich es nicht über Foodsharing laufen lasse. Und eben da kann man auch ganz viel informieren und bewusst machen, was mit den Lebensmitteln jetzt eigentlich so alles passiert, dass auf der einen Seite irrsinnig viel weggeschmissen wird. Auf der anderen Seite der Bedarf da ist, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum eigentlich eh fast nichts aussagt. Und so weiter. Müllsammelaktionen. Ich glaube, da passiert auch, also das tue ich auch recht gern veranstalten, hier in St. Leonhardt. Auch mit der Schule, zum Beispiel mit der Volksschule Odilien war ich schon unterwegs. Da passiert auch einiges in den Köpfen. Also nicht nur von Kindern und Jugendlichen, sondern auch von Erwachsenen. Also natürlich immer. Dann eben im Garten kann man ganz viele Projekte umsetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Relevanz hat für Schulen oder Jugendeinrichtungen. Das auch da gesehen wird. Also das selber anbauen, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Bis man da Lebensmittel ernten kann. Bis eben Insektenpflege und insektenfreundliche Gestaltung und so weiter. Ja. Und eben bei uns, also ich lade alle herzlich ein, unseren Verschenkladen zu besuchen. Es passiert dort wirklich sehr viel in den Köpfen. Also ich sehe auch dann auch immer wieder Schüler nachher kommen, die dann sich alleine auch hintrauen, die dann auf einmal merken, es ist gar keine Schande, dort hinzugehen. Das will ich Ihnen auch ein bisschen nehmen. Also dieses Gefühl, ich habe es ja nicht Not. Um das geht es gar nicht, sage ich immer. Bei uns im Laden. Es geht darum, dass wir einfach nicht so viel wegschmeißen. Und eben das Warum. Und das ist eben das, was Sie am einfachsten auch umsetzen können. Auch Workshops organisieren. Einfach da zum Beispiel eben, wie gesagt, reparieren, lernen. Einfach mir ein großes Anliegen, dass das wieder passiert. Do it yourself. Es gibt so viel, also Wachstücher sind zum Beispiel ganz in, jetzt auch bei der Jugend. Änd ein Deos selber machen, Kosmetika selber machen. Eben vielleicht auch was nähen. Oder auch Filme herzeigen. Oft ist auch einen Film lebensverändert. Ich weiß nicht, eine Freundin von mir ist, aufgrund eines Filmes vegan geworden. Die Sandra Krautwaschke hat den Film Plastic Planet angeschaut und hat da ihre quasi Öko-Karriere gestartet. Also da kann ganz viel passieren. Und sicher nichts ins Gegenteil. Also es kann nichts Nachteiliges passieren. Also solche Sachen einfach, ja, vielleicht auch immer dazu eben mit Hoffnung. Also nicht nur den Filmherz sagen, dass man dann die Kinder und Jugend allein lässt, sondern ihnen wirklich auch Alternativen anbietet. Ja, Upcycling, Bastelprojekte passiert, glaube ich, im Logo auch sehr einiges. Also verfolge ich immer wieder, nehme ich dann immer wieder auf unseren Terminkalender, wenn ich das finde. Vorträge von externen Referenten organisieren, Experimente und Challenges. Kommt halt ganz gut an bei der Jugend. Viele sagen, das ist immer ein Challenge, aber es motiviert ein bisschen, die Kids sowas zu machen. Also ich glaube, das ist ja sehr gut. Und das ist einfach eine einfache Möglichkeit, weil das Instagram ist schnell gemacht. Und ich hole mir zum Beispiel von Instagram ziemlich viel Inspiration. Ich habe da so meine paar Seiten, die total informativ sind und dort hole ich mir meine Anregungen und dann habe ich schon wieder eine Idee für den nächsten Beitrag, für die Webseite zum Beispiel. Oder natürlich kann man auch eine eigene Webseite gründen. Und das hat zum Beispiel Nachhaltig in Berndorf, habe ich da angegeben, das ist eine Schule in Niederösterreich. Die haben mich kontaktiert und haben gesagt, ihre Schulklasse ist so frustriert. Die haben sich jetzt bei Fridays for Future engagiert, aber es ist ihnen einfach so zu wenig. Sie wollen was konstruktiv und was positiv machen. Und da haben sie dann einfach, also natürlich im kleinen Format nur, aber das ist ein Projekt der Schule, Nachhaltig in Berndorf. Und sie haben das gegründet. Also das war auch eine Möglichkeit, die Schüler und Kinder mehr einzubinden, wieder ins Tun und ins Positiv. Wenn es aufzuzeigen, was es alles schon Positives gibt und auch natürlich selber nachhaltig zu leben. Also da kommen dann auch ganz viele Tipps vor, was kann ich machen und wie kann ich mich engagieren. Ja, das wäre jetzt so das Ende meines Vortrags. Wenn es noch Fragen gibt, gerne auch später über E-Mail oder, ja, also eh, gerne. Also wenn es Fragen gibt, bitte gerne noch in den Chat schreiben. Es ist eh Punktlandung eigentlich. Es ist 11 Uhr. Die Stunde wäre eigentlich dann zu Ende. Aber wenn sie Fragen habt, bitte schreibt sie schnell in den Chat, dann können wir sie noch stellen an die Beatrix. Welche Repair-Cafés gibt es in Graz? Da hast du gesagt, es ist auf ihrer Homepage drauf, die Termine, oder? Ja, also die letzten haben jetzt alle nicht stattgefunden. Ich weiß nicht, wie es jetzt die Vorgabe ist, weil er hat gesagt, das ist einfach, da werden zu sehr die Köpfe zusammengesteckt. Ja. Also vor allem das meistbesuchte am Lentke. Ansonsten gibt es in Grottenhof an, in Stadtdeck. Also die Repair-Cafés in Graz sind meistens sehr gut besucht, also vor allem das am Lentke. Das heißt, man muss warten. Am besten wäre es vielleicht sogar, man meldet sich an. Dann gibt es dann noch das Repair-In-Café in der Münzgrabenstraße. Genau, das ist zum Beispiel soziale Einrichtung, die schon ein Repair-Café hat. Das Inn-Café in der Münzgrabenstraße bietet dem, weiß ich nicht, erster Donnerstag, letzter Donnerstag im Monat das Repair-Café an. Wo ich schon mal, ist schon was repariert worden bei mir. Dann im Stadtdeck gibt es was, in Gratwein, in Gratkorn, in Unterbremstetten oder in Bremstetten. Also da gibt es jetzt schon einige im Umfeld. Im Jugendzentrum Echo in Graz. Genau, im, wie heißt das, Ju? Echo. Im Echo, genau, im Jugendzentrum Echo gibt es auch eins. Also es ist schon einiges, aber ich glaube, der Bedarf ist noch viel größer, nur es fehlt an den reparierkundigen Menschen. Also das, ich glaube, St. Leonhard wäre auch bereit, da was umzusetzen, aber es fällt einfach an den Leuten, die da reparieren können. Also auch gerne, also das wäre zum Beispiel super, wenn da mehr umgesetzt wird. Also Bedarf ist absolut gegeben. Also würde ich mit Werbung und im Rahmen meiner Möglichkeiten, meiner zeitlichen, gerne unterstützen. Gibt es sonst noch Fragen, noch schnell in den Chat. Schauen wir, ob es noch Fragen oder Anregungen gibt. Ich habe mir noch vorhin gerade überlegt, auch Foodsharing, gell? Es hat irgendwie so immer so einen Touch, so ein, ja, weiß nicht, weggeschmissenes Essen. Manche haben da ein Problem damit. Und ich kann mich erinnern, wir haben einmal ein Jugendzentrumsvernetzungstreffen gehabt und wir haben alle Essen gekriegt. Und danach haben wir uns gesagt, oh, das war von Foodsharing. Und dann haben wir uns gedacht, boah, ja, aber eigentlich war es voll cool. Und da habe ich mir jetzt gerade vorher, wie du da gesprochen hast, überlegt, man könnte zum Beispiel in einem Jugendzentrum super schönes Essen gestalten mit super bedeckten Tischen, alles wunderbar. Und dann auch so Essen, das nicht jetzt irgendwie, das Aufwerten, ja, dass das einfach ein ganz anderes Gefühl gibt, als wenn ich da jetzt irgendwie, ja, dass das Aufwerten ist und dass man da kein Problem und keine Angst vor diesem Essen haben muss. Weil ich glaube, dass das in vielen Leuten einfach im Kopf hat, wenn dann ist, dass das was abgelaufen ist, dass das Mindesthaltbarkeit überschritten und deswegen ist das tödlich. Ich stirb sofort, wenn ich das isse. Ja, also aus Geräten, was zubereiten. Ja, aber das ist dann wirklich wunderbar und so cool, das kann ich mir gut vorstellen, dass bei Jugendlichen das funktioniert. Was mir auch noch eingefallen ist, weil du jetzt auch, weil du so, also wahrscheinlich ist es vielen Leuten was eingefallen, währenddessen du gesprochen hast, weil es hat wirklich, wir haben sehr viele Ideen gekriegt, finde ich. Was zum Beispiel aber, Kleidertauschpartys kann man ja sehr wohl in Jugendzentren oder so machen, weil man könnte sie ja aufteppen, habe ich mir gedacht, indem man, keine Ahnung, eine Modeschau macht. Oder dass man, keine Ahnung, so wie Shopping-Queen, Kleidertausch-Queen macht, wo man dann Zeit hat von, keine Ahnung, eine halbe Stunde und du musst ein Outfit zusammenfinden, was du dann präsentierst. Also man könnte das alles sehr spielerisch, glaube ich, auch gut verpacken, wenn man will. Also ich hoffe, ihr habt auch solche Ideen gefunden, so wie in meinem Kopf. Und ich glaube, es kommen keine Fragen mehr. Ja, also gerne mit uns unter, das hätte ich dazu schreiben sollen, also bea.nachhaltig.at, also mit Binnenstrichen dazwischen. Also man findet uns eh, einfach kontaktieren, falls irgendwie eine Anfrage ist oder, also ich bin auch behilflich, eben, weiß ich nicht, also sehr gut vernetzt beim Aufstellen von offenen Bücherregalen. Also ich kriege ein leichter Regal oder ich kann für die erste Füllung sorgen. Also Bücher en masse, also an Waren mangelt es mir nie. Super. Ja, danke. Ja. Das war super. Also, wie gesagt, ich habe einige Ideen oder auch einige Sachen, wo man denkt, das könnte ich gerne, das mache ich weiter. Und super, dass man sich an dich auch melden kann, also an dich wenden kann, wenn man wirklich Fragen hat. Ich finde das auch zum Beispiel super Kleidertausch, wenn ich einen organisiere, dass ich bei euch Kleiderhacken und Kleiderstände holen kann. Also das wäre mir ganz wichtig, dass man die nicht selber kauft und dann für einmal im Jahr lagert, sondern das einfach, also da haben wir ganz viel und teilweise bestelle ich es auch zu. Also die Modellschule zum Beispiel hat es dann von uns geliefert bekommen für einen Kleidertausch. Und ja, also. Ja, also Dankeschön. Und wenn es keine Fragen mehr gibt, die sind alle schon im Umsetzen von Ihren Projekten im Kopf. Deswegen würde ich sagen, ist der Junterricht für heute wieder beendet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Diejenigen, die eine Teilnahmebestätigung brauchen, noch einmal rein. Also wer es noch nicht geschrieben hat, Vorname, Nachname plus E-Mail-Adresse. Schöne, du kriegst schon die ersten Danke für den engagierten Vortrag, Vertrix. Ein wunderschönes Wochenende wünschen die Leute dir. Ja, ich hoffe ihr, also ich habe es auch super gefunden. Ja, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns ja am Montag wieder von 10 bis 11 Uhr geht es los mit dem Ali Malochi. Das ist natürlich ein Nachfolger, Wahnsinn. Ja. Eine Korrifie. Also da kann ich ja einpacken dagegen. Finde ich gar nicht. Okay. Ja, also vielen Dank und es waren tolle Anregungen dabei. Von der Nicole zum Beispiel, die hat das jetzt geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, Beatrix. Nein, weil ich noch meine Bildschirmpräsentation habe. Alles klar, dann lese ich dir vor. Tolle Anregungen. Vielen Dank und vielen Dank. Vielen Dank. Danke auch. Ich hoffe, es passiert einiges in den Köpfen. Ja, glaube ich schon. Also wie gesagt, ich habe eure Homepage super gefunden. Ich habe immer eingeschaut in alle möglichen Termine. Wenn ich einfach nur Ideen braucht habe, habe ich auch da einiges geschaut. Bei Nachhaltig in Graz. Ja. Um zu sehen, hey, das gibt es, das gibt es, das kann ich machen. Ja. Ja, also ich bin auch immer wieder zum Ökolog-Lehrgang eingeladen. Wenn der stattfindet in Graz, bin ich einmal dort und dort kommen dann halt auch, also die kriegen dann Anregungen für ihre Projektarbeiten. Super. Die Ökolog-Teilnehmer und meistens drei, vier Projekte beziehen sie dann eben eher auf den Vortrag. Also es sind oft die kleinen Dinge. Es ist einfach das, was halt am ehesten umgesetzt werden kann und nicht irgendwelche E-Auto entwickeln oder ich weiß nicht. Das ist einfach der Alltag, wo wir eine Möglichkeit haben. Okay. Okay. Dann verabschiede ich mich, oder? Ja. Dankeschön. Und Beatrix, wir kommen nochmal vorbei in deinem Laden. Ich bin interessiert. Ihr habt das nur gesehen in deinem Laden. Ja, er ist entzückend. Also ich mag ihn total gern. Er ist zwar winzig, aber ja, er ist sehr liebenswert. Er ist ein Altbau, ein kleines Gewölbe. Und wir sind dahinter, dass es dort auch schön ausschaut. Ja, ebenso wie bei euch. Eurem kleinen Klo-Kostnix-Laden. Okay, vielen Dank. Vielen Dank auch. Und ich beende das jetzt irgendwie. Dann Bildschirm. Ich mache das. Dann lasse uns und...